Um am Ende einer Partitur ein geschmeidiges Retardando einzufügen, ist nicht viel Handarbeit nötig. Wir legen ein langsames Endtempo fest und markieren dann den Bereich, in dem verlangsamt werden soll. Nun wählen wir Extras, Tempo, Interpolieren. Die Automatik setzt an jede Note eine eigene Tempomarke, die Werte werden immer kleiner. Untertitelung des ZDF, 2020